Willkommen zu der AfD 2.0, Ausländer führen Deutschland. Was sind unsere nächsten Schritte für die Abschiebung der Allmanns und die Umstrukturierung Deutschlands? Warum hast du Haarausfall? Murat, das ist eine politische Debatte hier. Also, Schritt 1 wäre es, die Nationalhymne in Çabos wissen, wer der Bundeskanzler ist, umzuändern. Ey, ey, mit welcher Fluggesellschaft fliegt Aladin in den Urlaub? Türkisch Hairlines. Gehst du zum Friseur und sagst, mach Seiten auf oben, also alles auf Null? Der hat Kontostand auf oben. Das hast du ein bisschen gewacht. Seid ihr fertig? Ja, sorry, ich muss nur kurz meinen Großvater anrufen. Er hat iPhone zu ernst genommen. Willkommen zu der AfD 3.0, Ausländer mit Haarausfall führen Deutschland.